Deutschland wird immer älter. Wir brauchen eine Rentenpolitik, die für alle Generationen fair ist. Das Rentenpaket der Regierung aber ist das Gegenteil. Es ist für die Jüngeren nicht zu tragen. Denn die GroKo verteilt das Geld nicht fair und legt so den Jungen mehr Steine in den Weg. Wir müssen langfristig denken, nicht kurzfristig. Wir haben vier konkrete Ideen, um die Rente enkelfit zu machen. Wir schaffen die Voraussetzungen, dass du problemlos mit deiner Altersvorsorge vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit oder zurück wechseln kannst. Wir schaffen ein transparentes Online-Versorgungskonto nach skandinavischem Vorbild. So kannst du jederzeit deine momentanen Alterseinkünfte überprüfen. Wir schaffen ein flexibles Rentenalter. Du allein entscheidest, wann du in Rente gehst. Und mit unserem fairen und finanzierbaren Modell der Basisrente hast du am Ende immer mehr als die Grundsicherung. Wenn du gearbeitet und in die Rentenkasse eingezahlt hast. Machen wir die Rente fair. Für alle Generationen.